Eine Person wird noch vermisst und wurde im vorderen Teil der Wohnung zuletzt gesehen. Eingangstür ist nicht verschlossen. Das ist quasi von dieser blaue Container. Was sie aber jetzt machen, sie spritzen einfach an die Decke, was die falsche Löchtaktik ist. Weil es macht keinen Sinn. Er muss die Schranktür öffnen, um an den Brandwirt zu kommen.